Servus und willkommen zur heutigen Verkostung bei Genuss vom Fass. Ich habe heute einen Klassiker ausgewählt. Einen Klassiker, den man auch über das ganze Jahr verwenden kann, für den es eigentlich in der Küche keine Saison gibt. Unser Kraftbier-Balsam-Essig. Der Kraftbier-Balsam-Essig, wie der Name sagt, aus Bier gemacht und wird eher, aber das werde ich noch später erklären, in der, ja ich möchte sagen, in der rustikaleren Küche verwendet. In der Farbe ein richtig dunkles Braun, ja ein richtig dunkles Braun, sehr schön, sehr appetitanregend und in der Nase nicht zu scharf. Die Essignot ist sehr gut eingebettet, sticht nicht in der Nase, kommt sehr angenehm, diese Malznoten sind eigentlich vordergründig und richtig kräftig. Am Gaumen sehr hemmig, weich. Das Malzige steht sehr gut da unterlegt mit dieser doch kräftigen Essignote. Es gibt immer ein bisschen Pfiff, das macht das Malz noch ein bisschen lebendiger und im Abgang natürlich dominierend die Essignote. Ja, das ist ein Essig, da fällt mir eine Grillplatte ein. Eine Grillplatte mit einfach schönen Salaten als Beilagen dazu und da dieser Essig, das gehört, da ein Sommerabend mit Sonnenuntergang und dann diese richtig schöne, volle Note vom Essig, vom Bieressig dazu. Herrlich. Ja, Bieressig, wofür verwendet man Bieressig? Bieressig, wie ich schon erwähnt habe, bin ich eher in der rustikalen Richtung. Zu Grillgerichten dazu. Zu Wurstsalat, Kässalat. Das ist ein Essig, den man also wirklich sehr vielseitig anwenden kann. Ein Essig, den man, ja, fast überall dazu kombinieren kann. Ganz gern, wie ich schon erwähnt habe, Grillgeschichten zum Gebratenen oder auch, wenn man sich in der vegetarischen Küche bewegt, einfach dort ein bisschen ein Peck geben, ein bisschen ein Leben der Speise einhauchen, dadurch, dass man eben von diesem lebendigen Essig was zugibt. Der hat diese Säure, diese süße Säure spielt vom Mals zum Essig. Das gibt ihm einfach ein bisschen, ein bisschen Essig. Dieser Essig harmoniert auch ganz gut in Verbindung mit dem Kürbiskernöl. Kürbiskernöl und dieser Bieressig in Kombination, wirklich eine ganz schöne Kombination, eine ganz schöne Harmonie, die es gibt. Ja. Ganz einfach, Platzsalat zum Beispiel. Und eben, wie schon erwähnt, Wurstsalat, Käse, übrigens auch der Essig, alleine zu Käse ein bisschen dazugeben, zu kombinieren. Ganz was Schönes. Da steht am Gaumen, da kommt jetzt diese Kombination, dass das Nussige vom Kürbiskernöl unterlegt mit diesem Malzigen, und dann kommt die ganze, das Leben vom Essig dazu. Das macht ihn einfach ein bisschen quirliger. Das ist eine richtig schöne Note. Ja. Freut mich, dass ihr zugeschaut habt. Schaut doch vorbei. Probiert es mal. Nehmt vielleicht auch ein paar Essige und ein paar verschiedene Öle mit, damit ihr zu Hause wirklich die Vielfalt unseres Sortiments auch ausprobieren könnt. Zu verschiedenen Salaten dazu, oder auch ein paar Tage denselben Salaten machen. Einmal Bieressig mit Kürbiskernöl. Und, und, und. Immer wieder solche Kombinationen ausprobieren. Und dann sucht selber aus, was euch am besten schmeckt, was euch in den täglichen, in den täglichen Kochgewohnheiten einfach am besten zupasst. Ja, ich kann mich jetzt nur noch verabschieden. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Euer Bernhard. Danke fürs Vorbeischauen und bis zum nächsten Mal.